Harry, gefangen in der Zeit. Eine Produktion der Deutschen Welle. Folge 83 Harry may well be closer to his aim of getting out of the time warp than he has ever been before. So, here soll das Orakel sein. He and Anna managed to find a lead which has led them to the little village of Niederdorla in the German state of Thuringia. Well, I can only see a church in a village. Eine langweilige Kirche in einem langweiligen Dorf. Harry, don't be so negative. The church is very pretty. And how do you know that Niederdorla is a boring village? You've only just arrived. Well, I'm disappointed. Was hast du gesagt? Ich bin enttäuscht. What did you think the place would look like? Nicht so normal. Nicht so langweilig. Was hast du denn erwartet, Harry? Was habe ich erwartet? Ja. Na ja, keine Ahnung. Something fantastic. Something special. Magical. Etwas Tolles? Etwas Besonderes? Etwas Magisches? Tja, ich habe mir etwas Magisches vorgestellt. Oh, was für eine Enttäuschung. Wie bitte? What a disappointment. Was für ein langweiliger Ort. What a boring place. Harry, Anna's making fun of you. The expression, was für ein, what a, is often used to emphasize the feeling which is in the statement. It emphasizes the anger, the pleasure, or the irony. Harry, der erste Eindruck täuscht oft. The first impression is often wrong. Wir werden sehen, ob der erste Eindruck täuscht. Anna, guck mal, da, das Schild. Mittelpunkt Deutschlands. It looks like it's outside the village. Na dann komm, auf geht's. Der Baum ist eine schöne Linde. Und auf dem Stein ist eine Infotafel. Ja, hier ist der Mittelpunkt Deutschlands. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Guckt doch mal, die vielen Touristen. Dürfen Sie mich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir befinden uns hier. Meine verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie. Wir stehen hier am Mittelpunkt Deutschlands. Seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 befindet sich hier etwa 500 Meter nördlich von Nieder-Dorla, der geografische Mittelpunkt. The geographical center has only been here since German reunification on October the 3rd, 1990. I know, I know. Die Wiedervereinigung. Ost-Deutschland und West-Deutschland. Und wo ist das berühmte Opfermoor? Das Opfermoor ist unser nächster Halt. Sacrificial Moor. Was ist das Opfermoor? Dort war eine mystische Kultstätte der alten Germanen. Germanic Peoples? Mystic Kult Site? Denkst du, was ich denke, Harry? Ja. That could be where the Oracle is. Ganz genau. Hier könnte das Orakel sein. Ja. Es ist nicht sicher, aber es könnte sein. This Kult Site could really be the Oracle. Das könnte eine heiße Spur sein. My goodness. Das könnte eine heiße Spur sein. Yes. Wäre, hätte, könnte, würde. Instead of practicing this Adjunctive, you should be following the group. Harry, Harry, wir sollten der Gruppe folgen. Yes. Komm, komm mit. Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Das Moor ist echt unheimlich. Yeah. It's weird. Oh. Oh. Was für ein unheimlicher Ort. Oh. Ich bekomme richtig Gänsehaut. You're getting goose bumps? Oh. I've already got goose bumps. Just be careful. Hallo. Sida. Kommen Sie doch bitte. Ich darf noch mal um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Meine Herrschaften, seien Sie vorsichtig. Im Moor wartet der Tod. Stay on the path, Harry. If you don't, well, then. Hey. And that's the end of the Time Warp. I'm sure the scientists would appreciate my attractive body. Usually bodies found in a bog are well preserved. Even after centuries. Wo kann das Orakel denn sein? Somewhere near, I guess. Oh, I get it. Anna. Was für ein Matsch. Mist. Wer nicht hören will, muss fühlen. Danke, du klugscheißer. Well, you had to wear your schick sandals. Look at me. I'm well prepared for adventure. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich Wanderschuhe angezogen. If she had put on hiking shoes, she wouldn't look half as cool as you. Anna. Anna. Siehst du den Weg? Was hier? Wo? Here. This is it. I can feel it. This path will lead us straight to the Oracle. Harry, der Pfad führt direkt ins Moor. Das ist viel zu gefährlich. Ach, Quatsch. Tourists never get to see the important sites. Harry. This path is... Nein, you're crazy. Harry, bleib jetzt hier rein. Harry. Just a... Harry. Marty. Harry. Bist du lebensmüde? No. Harry isn't tired of living. He's just extremely stubborn. You won't stop me. Harry, come back. Immediately. The Oracle can't be far. Hey. Harry. This damn war. I'm sinking. I'm sinking. Mist. Mist. Hilfe. 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 Bis zum nächsten Mal.